ja hallo und ich grüße dich zu einem erneuten tutorial und zwar geht es heute darum wie man das steam cmd oder command line interface von steam auf linux basis installiert wie du hier sehen kannst habe ich debian in der version 8.11 gerade vor mir und dort werden wir jetzt versuchen das steam cmd zu installieren damit du nachher deinen eigenen gameserver weiterhin konfigurieren kannst und dafür sind noch einige voraussetzungen notwendig die wir jetzt vorher vornehmen werden und zwar müssen wir als erstes mit ap get install screen werden wir den screen installieren dieser ist natürlich wesentlich besser als ein normales telnet fenster weil wenn du eine session startest und ohne screen abbrechen würdest dem der software dann kann es passieren dass auf jeden fall dein ja dein deine session die du gestartet hast für den server unterbrochen wird oder gar der server gar nicht mehr läuft im hintergrund deswegen empfehle ich auf jeden fall das programm screen weiterhin müssen wir noch eine library installieren die für steam cmd notwendig ist und zwar handelt es ist hier um die lib32 gcc1 die werden wir jetzt auch zu lernen sagen wir natürlich ja wir wollen das machen und jetzt dauert das wieder ein augenblick bis diese library und alle dazugehörigen dinge ja auf deinen debian installiert sind warum das so ist es gibt einige programme die bestimmte dinge und libraries voraussetzen und diese fehlt per default bei debian soll jetzt werde ich erst mal den bildschirm klieren damit wieder ein klares bild haben und jetzt werde ich noch curl installieren und werde ich jetzt gerade install install ich deswegen weil ich dieses viel besser finde als das wget womit man natürlich auch programme ja runterladen kann von diversen hostern um diese dann nachher auf seinem debian zu installieren wie gesagt ich empfehle halt curl und ja es ist eine geschmackssache was jeder halt so nutzt so jetzt müssen wir auch einen augenblick hier warten bis curl komplett installiert ist und ja es muss dauert halt einen augenblick so und wir sind schon fertig ich mache mal wieder ein clear damit wir ein sauberes fenster haben so als erstes solltest du auf jeden fall immer zusehen nicht als root irgendwelche software zu installieren oder zu starten deswegen werde ich als erstes einen user anlegen den ich steam nenne diesem steam user kann ich dann natürlich auch ein passwort muss ich ihn natürlich verpassen das mache ich jetzt auch hiermit so das kann man ruhig wenn man möchte kann man das ausfüllen aber ich mache das nicht die wozu auch ist einfach nur vergeudete zeit auf jeden fall am schluss halt mit ja das alles korrekt ist jetzt gebe ich diesem user noch sudo rechte das sind sowas wie ja wie admin rechte die er dann ausführen kann in bestimmter weise so das haben wir auch gemacht so jetzt melde ich mich als diesen user an und befinde mich auch schon in meinem home verzeichnis jetzt lege ich einen ordner steam an um da dort nachher das steam cmd zu installieren so wir befinden uns jetzt dann dadurch auch ähm zu kurzen erklärungen mkdir damit erstelle ich ein verzeichnis in meinem home laufwerk was steam heißt und gehe dann direkt mit einem befehl für change directory in dieses verzeichnis hinein wo ich mich jetzt gerade befinde so wenn ich das gemacht habe rufe ich jetzt curl auf jetzt wird es natürlich ein etwas langer parameter sql so das ganze in geschweifter klammer und jetzt versuche ich das mal auf dem anderen fenster hier gerade raus zu kopieren weil dieser link doch wirklich sehr lang ist ich werde ihn auf jeden fall in die video beschreibung hinein kopieren so ne so dann pipen wir das ne das war das falsche zeichen ein pipe nach ta z x v f minus so damit laden wir jetzt wie gesagt diesen steam client auf linux basierend in das verzeichnis groß steam was wir vorher erstellt haben so das ist dann auch sehr schnell passiert das ist nicht viel wir sind jetzt muss man du musst jetzt gucken dass du halt auch im steam verzeichnis bist ja das bist du ähm wir haben hier eine steam cmd.sh und diese rufen wir jetzt mit punkt slash steam cmd.sh auf du kannst natürlich auch ähm wenn man tippfaul ist könnte man auch das so machen dass man sagt steam und da das das einzige ist was steam ist und du tab drückst vervollständigt der automatisch dann die restlichen zeilen dann drücken wir ein return und jetzt werden einige ja programme einige dateien heruntergeladen von steam und damit sind wir dann ja in unserem account mit steam also nicht mit unserem persönlichen account aber bei steam sind wir zurzeit angemeldet und dort können wir das ganze jetzt testen mit ein locken anonymus um zu testen ob die installation erfolgreich war von der steam cmd ja und das war sie gut du kannst zum schluss dann nochmal gehst du auf exit kommst du wieder raus ähm wir befinden uns immer noch auf steam und wenn du hier schaust wirst du sehen dass steam jetzt einige dateien mehr installiert hat in diesem steam verzeichnis und ja das war jetzt eigentlich so ein kleiner einblick wie man steam cmd installiert schau dir einfach meine weiteren tutorials an wie du dann diverse gameserver unter dieser rubrik dann einbinden kannst ich wünsche dir weiterhin viel spaß bis dahin bei mir auf dem kanal und sage ciao schau